Hallo liebe Kampfsportfreunde, mein Name ist Philipp Flath und ich stehe hier bei WeLoveMMA50 in der Barclaycard Arena in Hamburg mit Tally Giallo, besser bekannt in der Rap-Szene als Tally Tels. Tally, du hast dir heute dein Profi-Debüt gegeben vor heimischem Publikum. Glückwunsch zum Punktsieg. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühl mich super, hat alles so geklappt, wie ich wollte. Knockout hätte vielleicht da sein können, aber lieber sicher zum ersten Mal. Du wolltest den Kampf scheinbar im Stand halten, dein Gegner hat öfter versucht mal den Kampf auf den Boden zu bringen durch Wüste-Takedown-Versuche. Die hast du auch ganz gut verteidigt. Woran hat es gelegen, dass du dann im Stand nicht ganz so oft connecten konntest? Also ich finde, ich konnte oft connecten, also muss ich mir vielleicht nochmal selber angucken. Ich habe oft gewartet und dann hätte ich öfters connecten können vielleicht. Aber also auf meinem rechten Handzähler zählt sich da schon mindestens 10. Ich müsste mindestens eine 10 zählen, irgendwie sowas. Und es waren auch immer ziemlich dominante Schläge, hatte ich das Gefühl. Mein Trainer meinte, ich muss nicht so hart schlagen und könnte eher öfters und weniger hart schlagen. Hätte vielleicht auch zum Ziel so gefunden, aber ich bin zufrieden, sage ich mal so. Er hatte dich ja kurz vor dem Ende der ersten Runde nochmal in einer Leglock. Wie gefährlich war die Situation? War der Kampf da kurz vor dem Ende? Nein. Wäre es jemand, der wirklich Leglocks könnte, wäre der Kampf zu Ende, sage ich ganz ehrlich. Weil es einfach eine Situation war, wenn es so ein kleiner Leglocker wäre, hätte er den mitgenommen. Ich war nicht schnell genug raus da. Besonders dafür, dass er kein Leglocker war, das habe ich gemerkt. Aber er hat halt wüst irgendwas versucht. Aber nein, war nicht fast zu Ende. Was nimmst du jetzt aus dem Kampf mit? Woran möchtest du vielleicht noch arbeiten? Im Stand definitiv an meiner Kondition. Ich bin nicht sauer auf mich selber, dass ich so gewartet habe. Denn lieber vorsichtig sein, als dann keine Energie zu haben, den Tagdown zu verteidigen. Deswegen war ich lieber sauber und sicher. Boden muss ich immer trainieren, immer viel weiter kommen. Stand auch, aber Stand ist halt mein Ding so. Stand mache ich seit zehn Jahren. Boden muss ich viel lernen. Aber das heißt nicht, dass für zukünftige Bodenkämpfer, dass es einfach gegen mich ist am Boden. Also ich fühle mich wohl am Boden, aber trainieren kannst du immer alles. Telly, du kommst ja nun aus der Rap-Welt. Wie ist das Gefühl, in den Cage zu steigen im Vergleich zum Gefühl, wenn du bei einem Konzert auf die Bühne gehst? Ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich. Also ich war nicht aufgeregt. Ich habe gegrinst die ganze Zeit. Endlich. Ich dachte, das war das einzige Wort in meinem Kopf. Endlich. Und so fühlt man sich auch. Also man will performen. Man will da oben stehen und ich weiß, dass ich trainiert habe. Ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe im Training. Und das Einzige, was jetzt noch passieren muss, ist das, was ich im Training geschafft habe, dass es im Ring klappt. Genauso wie mit den Rap-Texten, die ich geschrieben habe, ausländisch gelernt habe. Wenn du die auf der Bühne vergisst, wirst du genauso bloßgestellt, wie wenn du Knockout kassierst oder so. Deswegen ist es ziemlich ähnlich, nur dass du nicht schlafen gehst dann auf der Bühne. Aber du kannst schon mal dich übergeben oder so auf der Bühne. Gott sei Dank mir nicht passiert oder so. Aber ähnlich. Wie bist du denn überhaupt zum MMA gekommen? Ich bin übertriebener Fan seit 2007 oder so. Ich habe bestimmt 80% aller UFC-Kämpfe seitdem geguckt. Also ich bin UFC-Junkie, so richtig. Könnte ich meine Freundin fragen. Also ich gucke fast jeden Kampf und ich bin einfach übertriebener Fan. Deswegen erst mal im Stand-Up angefangen und dann irgendwann habe ich mich getraut, auch Boden zu machen vor ungefähr fünf Jahren. Wenn du sagst, du guckst fast alle UFC-Events, hast du ein persönliches Vorbild? Viele Vorbilder. Also John Jones ist, glaube ich, Nummer eins für mich. John Jones, der Heftigste. Demetrius Johnson, Henry Cejudo. Alter, wer ist noch geiler? Es sind einfach zu viele heftige Leute dabei. Israel Al-Sanya ist geil jetzt, aber ich warte noch, bis er den richtigen Ringer trifft. Also hat er schon, aber da kann noch was gut passieren, so bei ihm. Ich habe immer sehr viel Angst bei ihm, dass das einmal auf den Boden geht und da bleibt dann. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich habe viele Vorbilder. Alle, auch die Oldschool-Leute wie Dan Henderson, das ist ganz geil. Ich gucke mir von jedem was ab und jeder, der in den UFC kämpft, ist gut. Deswegen kann man von jedem was lernen. Du hast gerade gesagt, du bist Fan auch vor allem von so Oldschool-Leuten. Dein Trainer ist ja auch Oldschool, Abeko Afoul. Wie kam denn eigentlich der Kontakt zustande? Wie bist du zum Evory-Team gekommen? Wie ich da hingekommen bin? Also ich habe ihn als den Trainer gesehen in Hamburg, von dem ich am meisten lernen kann, dem ich am meisten vertraue, wo ich sehe, dass er offen ist für jede Technik im Kampfsport. Viele Trainer sind festgefahren in einer bestimmten Art. Und was ich in ihm gesehen habe, ist, dass er sich an einen Kämpfer anpassen kann und dem in seinem eigenen Stil weiterbringen kann. Wäre ich jetzt ein Ringer, würde er mich vielleicht viel besser im Ring trainieren. Und jetzt, da ich ein Stand-up-Kämpfer bin, zeigt er mir, was ich noch verbessern kann in meinem Stand-up. Darin vertraue ich ihm. Vertrauen ist das die Nummer eins da für mich. Wo möchtest du denn einmal hin in dem Sport? Sehen wir dich wieder im Cage? Ja, ihr seht mich wieder im Cage. Ich sage jetzt nicht, dass ich ganz oben an die Spitze will, aber mir macht Kämpfen einfach Spaß. Mir macht Kämpfen Spaß. Und was ich mir vor diesem Kampf gesagt habe, ist, dass ich unbedingt einen Kampf machen will, bevor ich 30 bin nochmal. Weil ich habe einfach zu lange gewartet zwischen meinen Kämpfen, die ich schon habe. Ein paar Jahre. Und bevor ich 30 war, bin nämlich im nächsten Jahr, wollte ich unbedingt nochmal einen Kampf haben. Ich habe Blut geleckt. Ich habe Bock nochmal. Aber, um eine Sache richtig zu machen, richtig gut zu machen, musst du halt 100% geben. Und du kannst nicht so wirklich viergleisig fahren, so wie ich das in vielen Dingen in meinem Leben mache. Deswegen poste ich jetzt zum Beispiel nichts auf Instagram oder so, weißt du, für Musiksachen. Und dann verliert man gleich Follower und so einen Scheiß, weißt du. Und sowas. Man muss sich immer um alles in einer Sache kümmern. Deswegen werde ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik machen, dann wieder trainieren. Und dann mal gucken, wann der nächste Kampf kommt. Wunderbar. Letzte Frage von mir. Gegen welchen Rapper würdest du gerne einmal in den Cage steigen? Ich bin kein Hater einfach. Deswegen will ich gar nicht so oft, den mag ich nicht. Deswegen will ich gegen ihn kämpfen. Wenn dann, den mag ich. Deswegen will ich gegen ihn kämpfen. Aber ich sehe niemanden, wo ich jetzt viel von dem gesehen habe. Rapper-mäßig. Ich weiß nicht, wer von den Rappern macht das eigentlich. Kontra K ist ja im Boxsport sehr aktiv. Stimmt, der ist Boxer, ne? Ich glaube, irgendwas habe ich da mal gelesen, dass er auch einmal mehr jetzt irgendwie trainiert oder so. Also ich respektiere ihn als Mensch. Mal gucken. Ich glaube, der ist sogar mein Gewicht. Ich schnapp mal mit dem. Erstmal so. Erstmal so. Wunderbar. Vielen Dank fürs Interview. Glückwunsch nochmal zum Sieg. Das war Telly Tells Giallo hier bei Wheel of MMA 50 aus der Barclay-Kart Arena in Hamburg. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Berlin bei Wheel of MMA 51. Tickets gibt es wie immer auf wheelofmma.de und bei allen gängigen Vorverkaufsstellen. Bis dahin, vielen Dank. Auf Wiedersehen.